Ja, ihr lieben, nächster Trailer am Start, heute am 20.11.2023. Ja, da geht es mal wieder um diese Schweinereien, dass man da alte Menschen aus ihren angestammten Wohnungen raustreibt. Und auch mit dieser Begründung, die Wohnung bei dem einen Vibe mit 44 Quadratmetern wäre zu groß, ist natürlich kompletter Bullshit. Denn im SGB 12 wie im SGB 2 bis 50 Quadratmeter für eine Person. Dann noch ein bisschen MrWissen2Go bezüglich Nichtwähler. Und ja, wieder zu schauen bei VKP Shoot Odyssey getraillert bei Ramblen dreimal YouTube. Tschüss.